Tag 10 Leute und herzlich Willkommen bei Call of Duty Ich weiß nicht mehr Ja Ja ok Aber wie immer Und wir spielen Hellscher Warte mal Ich muss jetzt auch noch mal ganz kurz ausprobieren Ok Ah ok so läuft der Hase ok Verstehe Bravo gesichert C wird gesichert Alter Was soll das Hör auf damit Wir haben die Kontrolle Aber wir wissen dass ich ein sehr schlechter Sniper bin Hast du auch Sniper oder was? Ja Also Ja Nehm nochmal Wieso mit verarschen? Ähm Das wird schmerzhaft Das hast du nicht erwartet oder? Ne 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 Was ist das? Wir verlieren Alpha Ja Michi Geh Gelbos Ja gibt ja Ich weiß doch jetzt was Habe ich dich überrascht? Ja das schaffst du Markiere Koordinaten für Vorräte Ah Orbitalvorräte Aufklärungstrone bereit zum Einsatz Wir verlieren Charlie Was ist das? Aufklärungstrone eingesetzt Wir haben Charlie verloren Wie konntest du nur? Der Feind nimmt A1 Ah du bist dort Ah ich bin sehr schlechter Sniper Nimm kein Sniper ohne Scheiß Das gleich nehme ich auch Sniper Weißt du ich bin ziemlich gut Weil ich habe mit meinen Freunden Sehr viel COD gespielt Dadurch bin ich sehr gut Okay Okay Ausrüsten Wir gewinnen Ist das so? Ist das so? Charlie wird gesichert Charlie wird gesichert Ah ganze Zeit hockst du tot gell Auch als Camper Aber ich hatte Camper Deswegen campe ich jetzt nicht mehr Auf Нач H 17 Antes Kuiere Jakob Als ob ich dich nicht-Messer-Donnerscheiß Das habe ich mich auch gefragt. Abschusskamera ausgegangen von Michael. Ich habe mich auch gefragt, der weiß doch ganz genau, dass ich da bin. Warum rennt er an mir vorbei? Wird er mir den Pistol durchabschießen? Er hat gesichert. Der Feind hat eifert. Charlie gesichert. Wir haben die Führung übernommen. Feindliche Drohne online. Nein, ich habe dich noch gesehen. Ich habe dich noch gesehen. WTF zu spät. Der Feind nimmt B1. So geht das auch. So geht das auch. Erinnere diesen Kampf. Alpha wird gesichert. Boah, wirst du mich verarschen. Das ist nicht los. Alpha wird gesichert. Fuck, ich hab gedacht, ob du von der Seite kommst. Ja, das wollte ich auch, dass du das denkst. Nein, ich wollte dich messern, ich wollte dich messern. Ja, ich muss auch ein bisschen schneller sein. Ich weiß nicht, was du jetzt nimmst. Nein, scheiße. Niederlage. Keine Abschusscamp. Schade. So.